Yo, was geht ab meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu YouTubers Live. Ja, wir sind wieder zurück mit dem coolen Liam und wir gehen direkt auf eine Präsentation von dem neuen Spiel. Und ich würde sagen, da ziehen wir uns heute mal ein bisschen besser an, weil ja, es ist eine Präsentation und ganz ehrlich, da kann man schon mal ein bisschen schicker hingehen. Ähm, okay, wir haben hier auf jeden Fall eine Wärmungsvorschlag beim letzten Mal fertig gemacht, ziehen diese Schuhe an, eine Brille, ich weiß ja gar nicht, was ist hier eine gute Brille, äh, die hier glaube ich, oh, so eine Gary Washing Brille. Und gut, dann gehen wir mal hin und schauen uns das ganze Geschehen mal an, was denn da so rauskommt. So, lad ihr bitte schon, nehmen wir natürlich auch mit. Moin, ich habe mal vergessen, meine Uhr zu stellen, das ist natürlich nie gut. So, jetzt haben wir die Uhr gestellt und es ist Crazy Desert Experience. Nices Spiel. Und vor allem, es steht mal ein anderer da vorne, ne? So einen habe ich noch nie gesehen. No, mm, mm. Ich liebe die Spraia von diesem Spiel. Ja, ja, ja. Ja, ja. Komm, meine. Wir wissen, wie viel das Spiel kostet und wann es rauskommt. Gut, ja, ihr bekommt alle nur die Wertung von gut. Das ist auch so toll. Es gab noch nie ein Spiel, das was sehr gut bekommen hat. Und was geht jetzt noch? Es kostet, wow, 10. Januar, 10. Januar, 19. Das kann ja nur ein Flop sein. Ganz ehrlich. Aber wir werden trotzdem versuchen, dass wir es kriegen. Und ja, werden wir unser Bestes geben. Wir werden jetzt natürlich in dem Vorraum wieder ganz kurz mit jemandem quatschen und so weiter und bla bla bla. Ob wir das Spiel vielleicht irgendwo gratis abgreifen können. Ne, ne. Das steht da nochmal dran, Frage nach dem Spiel. Aber ich glaube, wir haben schon wieder ziemlich Pech hier. Ich weiß nicht, wie das geht. Ob ich da mit einer bestimmten Person eine Freundschaft schließen muss oder wie das abläuft. Klar, ich kann hier nicht jeden anpumpen. Oh, der Buller ist da. Ja, dann können wir doch mit dir ein bisschen quatschen, ganz ehrlich. Oh, die Ding ist schon wieder ein bisschen runtergegangen. Da müssen wir wieder ein bisschen nachholfen, dass wir hier wieder voll werden. Weil klar, wir wollen natürlich irgendwann im Spiel eine Freundin haben. Das ist natürlich das Wichtige. Da ist eine gute Unterhaltung auf jeden Fall hier. Vielleicht gibt es sie mehr, das Spiel. Ne, das sieht nicht so aus. Okay, äh, wir machen weiter. Umarmen. Oh. Das steigt aber ganz schön langsam, muss ich sagen. Reden nur ein bisschen, flirten nur ein bisschen und dann hauen wir es wieder ab. Weil ja, das Spiel kriegen wir jetzt leider nicht umsonst. Es ist immer die Hoffnung, dass ihr vielleicht das Spiel vor Release umsonst bekommt. Aber leider mal da nicht. Dauert echt ewig, bis der Balken wieder voll ist. Gut. Zum Schluss gibt es dann nur eine Umarmung. Und dann machen wir uns wieder aus dem Staub. Was passiert jetzt eigentlich? Moment. Was passiert jetzt eigentlich, wenn ich sie küssen will? Ich meine, ich muss sie nur mehr umarmen. Oh, es geht sogar mit Küssen jetzt schon. Nice. Wir haben es geschafft. Liebe ist in der Luft. Wir haben es tatsächlich geschafft. Die Liebe ist... Oh, und jetzt haben wir sogar schon das neue Symbol hier. Nice. Nice, nice, nice. Okay, gut. Wir haben auf jeden Fall was geschafft. Und gehen jetzt wieder nach Hause. Lassen wir unsere Freundin da jetzt einfach mal stehen. Also, wir haben jetzt tatsächlich eine Freundin. Liebe ist in der Luft. Danke, Eliam. Danke fürs Erscheinen. Ja, wir sind gar nicht gekommen. Wir haben leider nichts abgreifen können. Aber ganz ehrlich, es geht schon irgendwie. So, dann gehen wir mal hoch. Und wir sehen, oh mein Gott, das Spiel, das kommt so schlecht einfach an. Ähm, du nimmst schon da jetzt mal ein Video auf. Ja, das Spiel ist ein Mega-Flop, ganz ehrlich. Das ist aber gut. Das ist sogar sehr, sehr gut. Wir zeigen mal eine Walkthrough. Und... Ja, an deinem PC bitte. Das sieht es auch nie lang. Moment, Moment, Moment. Na, da ist schon nichts Besseres. Weil hier müssen wir den PC auch, glaub ich, mal ein bisschen aufrüsten. So, die... Enorme... Techno-Power. Gut, ich hau mir jetzt mal ins Bett und snacken ein bisschen was. Also, wir müssen echt oft schlafen und oft was essen. Das ist echt Wahnsinn. Hier verlieren wir Abonnenten, weil das Video ist echt... Ich weiß nicht... Nee, das war das Interesse von Neuen. Also, es war echt mies. Ähm, wir werden mal ganz, ganz sehen, ob ein Hotdog reicht. Ja, reicht. Gut. Dann können wir auch gleich mal ein neues Gaming-Video aufnehmen. Wir nehmen das gleich einfach, was sie gerade gehabt hat. Weil das kommt gut an. Und ja. Video starten. Bitte, danke. Jupp. Wir haben da nichts Neues dazu gekauft. Oder? Zumindest ist es scheiß eingerichtet. Das ist auch schon mal schön. Ähm... Wir hatten unser erstes Date. Herzchen. So, jetzt drückt es auch weiter. Gut. Dann nehmen wir jetzt zwei Videos auf. Das Video... Oh, das kommt echt scheiße an. So, leider das Spiel. Ähm... Intro mit Effekten. Ah, nicht das Beste, leider. Oh je. Das geht ja schwer. Richtig katastrophalos. Wir nehmen jetzt immer die kleinen Punkte, weil... Jetzt komme ich eigentlich ganz durch zum Schluss. So, professioneller Kommentar. Unser PC-Funkt. Oh, das heißt, wir müssen den mal reparieren gehen. Aber zuerst nehmen wir das Video auf. Ähm... Signal-Kommentar. Anschließend gibt es einen philosophischen Kommentar. Ja, wir gehen mal wieder unter die Dichte. Dieses Level ist so schwer. Oh, ich weiß gar nicht. Fröhliche Äußerung. Besser als nix. Ladebildschirm. Ist aber was nerviges. Dann... Oh, hier kommen zwölfe raus. Ich meine, das machen wir auch wütende Kritik. Starke Karte. Und zum Schluss gibt es nichts, weil wir kein... Abspanner... Äh, kein Ding haben. Äh... Ja, machen wir mal. Aber das machen wir dann gleich. So. Wir machen das Video erstmal ganz kurz fertig. Schauen wir mal, dass wir uns das gut hinbringen. Und ja, Schluss haben wir ja keinen, wie gesagt. Leider, leider. Ja, so sieht es ganz gut aus. Gut, dann ballern wir mal alles rein. Hier nehmen wir ein bisschen was mit. Hier nehmen wir was mit. Und hier nehmen wir das noch mit. Rendern. Interesse 62. Gut, wir haben es da rein aufgenommen. Video Qualität. Die zieht doch gut an. So. Und jetzt... Moment, bevor wir gehen. Bevor wir gehen. Halt. Stopp. Du, 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 du. Zeig mir dein Ergebnis. Danke schön. Oh, auch ein 18 Interesse. What the fuck? Was ist denn da los mit dem Spiel? Keine Ahnung. Ja, gut. So, wir bekommen auf jeden Fall Geld und Erfahrungspunkte. Und wir sind ewig weg von zu Hause. Die Zeit, die vergeht ja. Wie viele Videos nimmt denn der mit uns auf? Das sind ja 100 Videos gewesen, oder? Und wir sind lieber aufgestiegen. So, meine Freunde. Wir kriegen 6,75 Dollar. Nice, nice, nice. Nice, nice. Und wir kriegen hier aber auch wieder was Neues dazu. Und wir gehen auch direkt mal hoch. So, wir gehen schlafen. Das brauchen wir und ein bisschen was snacken. Das ist nie verkehrt. So, die anderen Videos laden gerade hoch. Hier ist rendered noch. Und eigentlich können die da mal hier einen neuen PC beschreiben. Ganz ehrlich, wir haben 15.000 Dollar. Gut, die Miete, die kommt auch demnächst wieder. Aber wir können hier mal einen neuen PC verschaffen. So, gibt ein Sandwich. Und ja, dann schauen wir mal, ob wir einen neuen PC an Land ziehen. So, wieder hat es schon mal ganz geschmeidig runter. Und dann schauen wir mal, was ist... Kann ich jetzt eigentlich den allerbesten kaufen, oder wie ist denn das? Ne, wir müssen uns tatsächlich so einzeln hochleveln. Ja, ganz ehrlich, die bekommt das ganze drei Sterne Ding. Das hat sie sich, glaube ich, echt verdient. Oh man, der Einkaufswagen ist zu voll. Kaufen. Ching. Gut. Sie bekommt eine komplett neue Ausstattung. Und auch schon ein PC reparieren. Genau. Hallo, wir sind Team Riot. Dein Computer ist mit einem mächtigen Bier. Und wir werden... Ähm... Ich bezahle es nicht. Ja, perfekt. Einige sein Abos dazu bekommen. Wir wollen uns natürlich nicht über den Tisch ziehen lassen. So, sind die Pakete schon da? Ich glaube, nein. Moment, du musst nach oben gehen. Halt, geh nach oben. Doch, die Pakete sind da. Habe ich gar nicht gecheckt. Und da ist ihr neuer PC. Nice, 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 nice. So, hier kriegt sie auch noch was. Kamera ist gerade irgendwie blöd. Ich würde sagen, wir nehmen auch direkt mal ein Gemeinschaftsprojekt auf. Weil wir haben ein Spiel, das gerade wieder gut ankommt. Okay, 84. Es kommt doch nicht mehr so gut an. Aber es kommt besser an als alle unseren anderen. Und ja, hier haben wir wieder den hier rein. Fortsetzen. Ja, was gibt's denn Neues auf der Welt? Ich wüsste es gleich gar nicht. Ähm... Nintendo geht pleite. Ich weiß es nicht. So, wir haben die Wii aufgebaut. Und wir packen das nächste Paket auf. Zack. Neue Maus. Wenn er bis 7 Uhr hohläuft, können wir hier noch ein paar Pakete öffnen. So, und dann starten wir das Ganze mal. Tanzende Begrüßung am Anfang. Ah, wenn wir das nicht schrauben. Philosophischer Kommentar. Dann freuen wir uns extrem drüber. Gut, das haben wir jetzt hier allein nicht. Deswegen machen wir einen Mörderesblick. Ja, der natürlich nicht passt. War mir fast bewusst. Aber... Die muss einfach ein bisschen Punkte sparen. Mittlerweile kommen wir auch ganz schön hoch mit den Glühlampen. Wenn wir ausgeschlafen sind. Dieses Level ist so schwer. Nein, das war die wütende Kritik. Ich merke es mir aber auch nicht. Ich merke es mir aber auch nicht. Es kommt ja doch des Öfteren mal so der gleiche Text hier dran. Aber ich merke es mir einfach nicht. Naja, vielleicht bringe ich es irgendwann mal in meinen Hirn rein. So, sonst kommen wir gerade ganz gut durch. Hier sind nur 4 Karten. Wir haben nur 20 Punkte. Das sieht gut aus. So, wir bekommen Cash. Und gleich nochmal Cash. Entschuldigung. Und ja, boah, nächstes Mal. Shit, ich wollte ja diesem Mal dem Netzwerk beitreten. Gut, dann müssen wir es nächstes Mal machen. Ganz ehrlich. Ich habe es diesmal nicht dran gedacht am Anfang. Gut, dann machen wir es nächstes Mal, wenn ich dran denke. Ich hoffe natürlich, dass ich daran denke. Aber ich werde mir ein Bestes geben. Oh, und ja, wir packen weiter Geschenke aus. So, dann ziehen wir mal alles rein, was wir da so gerade erschaffen haben. Was halbwegs gut ist. Schluss brauchen wir noch. Ja, sieht pausabel aus. Der 3-3 ist... Ne, lassen wir es so, wie es ist. So, wir haben... Ja, wir nehmen immer die gleichen Sachen. Ich glaube, da fahren wir am besten damit. So, rendert Interesse. 94 ist gut hoch. Hier steigt auch alles gut an. Nachbearbeitung. Auch wieder mal ein Level nach oben. Und ja. Hi, Liam, wir haben heute eine Party. Ne, du, ich habe keinen Bock auf eine Party gerade. Ich war erst gestern auf einer Party. Okay, wir sind nicht mehr sein Freund. Oh, shit. Ich glaube, der war wichtig. Deswegen laden wir ihn einfach mal ein. Ja, wir laden ihn einfach mal ein. Sie davon, dass er ein Video aufnimmt. Der ist nicht da mit ihm Quatsch. Und ja. Nur mit Gameplay. Weil dann ist das Spiel auch dann gleich ausgelutscht. Nicht am guten PC, sondern am schwächeren. Wobei der Schwächere auch schwär ist. Mein neuer PC ist so toll. Jo, mein neuer PC ist so toll. Gut, wir gehen mal ganz kurz pennen. Bis der Typ da mal kommt. Wobei, er ist im Raum jetzt ehrlich gesagt. Oh, ne, was macht denn der Joden? Hallo. Wo ist denn der auf einmal herkommen? So, ich will mit dir reden. Muss ich zu ihm runtergehen oder treffen wir uns auf der Treppe? Na, wir treffen uns unten natürlich. Ich muss ihm natürlich hinterherlaufen. Hallo, ich will mit dir reden. Oh, ich kann mit ihm auch ein Gemeinschaftsprojekt aufnehmen. Das ist interessant. Oh, ich kann mit ihm... Oh, das ist aber... So, jetzt ist... Jetzt sind wir wieder freundlich. Das Spiel ist auch echt. Zuerst Freunde, dann haben wir Beef, dann sind wir Feinde, dann haben wir wieder Freunde. Ach, keine Ahnung. Ah, ich kann mit ihm einen Gemeinschaftsprojekt aufnehmen. Das werden wir auch machen, sobald ich was gegessen habe. Er freut sich natürlich für den Ast. Er freut sich gerade wirklich den Schnitzel ab. So, gehen wir mal nach oben. Sie schneidet gerade fleißig weiter. Und ja, dann schauen wir doch mal, was wir im Kühlschrank alles nur zu finden. Wärmungsvorschlag. Was haben wir denn? Together. Das werden wir auf jeden Fall wahrnehmen. Ähm, was gibt's, was gibt's, was gibt's? Ich würde sagen, wir nehmen was Größeres, wir nehmen was Größeres... Oh, ein Hamburger. Ey, jetzt gönnen wir uns mal richtig. So, dann zeigen wir dein Ergebnis. Ja, ganz ordentlich. Ging zwar besser, aber passt schon. Und das Spiel ist da. So, dann können wir gleich das Gemeinschaftsbeck mit ihm aufnehmen. Und so, das hier. Wow, 100 und so cool. Ja, wir nehmen es natürlich am besseren PC auf. Und... Ein neuer Together-Partner. Genau, dann nehmen wir den mal ganz kurz her. Ja, ich sehe gerade auf die Uhr, wir haben schon wieder 15 Minuten Video. Nachdem ihr am Anfang eh verpennt habt, die Uhr zu starten, dann sollten eigentlich schon 16 Minuten da sein. Ich glaube nach dem Video, also nach dem, ich meine nach der Aufnahme, machen wir dann auch schon Schluss. Aber mal schauen, wie weit wir kommen. So, Konsolen sind aufgeräumt. Und dann starten wir das Ganze mal. Wir machen eine lustige Begrüßung. Kostet natürlich wieder ordentlich Punkte zum Anfang. Sarkastischer Kommentar. Ja, was ist denn das überhaupt für ein Spiel mit so... Was ist denn das? Keine Ahnung. Du hast eine harte Aufgabe bewältigt. Ja, sing in der Kommentar. Dann haben wir hier irgendwas. Ja, nehmen wir mal das Geringste. Okay, war doch nicht so schlecht wie gedacht. Hier nehmen wir einen Vierer. Ja, mit ihm macht das irgendwie nicht so viel Spaß. Da freut er sich gar nicht so. Er schaut einfach stur auf sein Ding. Die gute Amelie, die hat wenigstens nur ein bisschen mitgemacht. Du befragst deine besten Freunde über das Leben. Hä? Keine Ahnung. Ganz ehrlich. Ähm, wie viele Bilder haben wir noch? Zwölf, dann haben wir noch 16 Jahre. Das machen wir. Komm, hau rein. Brauch nur noch ein paar gute. So, du hast die letzte Minute einen Fehler gemacht. Mörderische Blick. War sogar richtig. Zeit, bevor das Spiel startet. Ähm, nehmen wir mal den hier. So, zwei Bilder noch. Neun Punkte. Könnt ihr gut ausgehen. Ja, ja. Könnt ihr gut ausgehen. Wir haben noch fünf Punkte. Bitte ihn absparen. Nein. Ja, es war aber nicht so schlecht zum Schluss. Okay, dann basteln wir das Ganze nochmal schnell zusammen. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Oh nein, unser PC raucht schon wieder. Der PC. Wir haben 800 Dollar gezahlt. Und er fängt einfach nach, keine Ahnung, wie wenig Betriebsstunden wieder mal zum Qualmen an. Also, das ist echt eine schwache Marke. Eine wirklich schwache Marke. So, dann machen wir das hier da hin. Oh Gott, da passt hier gar nichts wieder. Ähm, Schluss brauchen wir natürlich. Jetzt bin ich nur, um überlegen, ob ich den hier irgendwie rausbringe. So, wir kriegen wieder Asche dazu. Cash, cash, cash. Ähm, dann lasse ich ihn mal raus und stecke ihn mal hier rein. Ja, so sieht es schon deutlich besser aus. So, alles hier runter. Und es gibt ein neues Spiel. Aber wir haben ja gerade ein neues aufgenommen. Minus 25. Warum minus 25? Verstehe ich gerade echt nicht. So, unser PC ist Schrott. Den reparieren wir nun. Dann würde ich sagen, machen wir Schluss heute so auf Insights und mal auf Wiedersehen. Du darfst wieder gehen. Und ja, da würde ich sagen, feuerlich war es das. Ich hau mich schnell ins Bett dann nur rein. Nach getaner Arbeit ist es auf jeden Fall verdient. Mach's gut. Bleibt so viel zur Zeit. So, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Da werden wir auch mal wieder in ein neues Netzwerk. Beziehungsweise suchen uns beim nächsten Mal ein Netzwerk. Und ja, das werden wir auf jeden Fall mal. Jetzt gehen wir noch ganz kurz erst snacken. Und dann mache ich wirklich Schluss für heute. Gut gemacht, danke. Wir kontaktieren dich wieder. Ja, gerne könnt ihr mich wieder kontaktieren. So, ja, wie gesagt. Beim nächsten Mal gibt es ein Netzwerk endlich mal. Und ich bedanke mich an dir, Stefan, fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und... Okay, bis zum nächsten Mal. Mach's gut und ciao.